Hallo, mein Name ist Doris und ich durfte auch vor einer Woche das MedBet ausprobieren. Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich mich schon lange Zeit mit Quantenheilung beschäftige und das war mal ein neuer Weg, etwas darüber zu erfahren. Ja, was soll ich sagen, als ich das MedBet von 9010 installiert bekommen habe, hatte ich das Gefühl, es lacht mich schon an. Und dann nachts im Bett habe ich die acht Stunden darin verbracht und muss sagen, dass eine extreme Wärme entstanden ist, die von den Füßen bis zum Kopf gestiegen ist, bis in die Hände und dann habe ich den Scan aufgerufen und habe dann auch gespürt, wie die Energien dann über die einzelnen Areale gescannt haben und habe dann meine, ja, wie soll ich sagen, meine Dinge, die mir so auf dem Herzen lagen, versucht ein bisschen zu bündeln, dass es nicht zu viel wird und habe dann, ja, gesagt, was ich gerne hätte oder was, was mir am Herzen liegt und ja, das ging dann eigentlich auch ganz gut los und ich bin dabei eingeschlafen. Nach vier Stunden bin ich aufgewacht und bin dann nochmal wieder ins Bett gegangen und habe dann, ja, nochmal die Aktivierung begonnen und habe dann bis morgens eher unruhig geschlafen, weil ich dann so ein bisschen in mich hier rein hineingehorcht habe und der erste Nachtschlaf war ja auch weg und ja, dann muss ich sagen, bin ich sehr wohlgemut aufgestanden und es ging mir wirklich gut. Und was das Erstaunliche ist, dass es jetzt seit einer Woche immer noch, also immer noch ein sehr gutes Gefühl ist, was man eigentlich immer wieder haben möchte und ich könnte mir vorstellen, wenn man das Bett länger haben darf oder hat, kauft oder im Forschungsprogramm mit drin ist, dann werden sich sicherlich noch andere Effekte einstellen, das heißt, man wird mehr merken über die Wirkung, gerade was die, sage ich mal, Wehwehchen, die man so hat, dann betrifft, dass das ein oder andere dann doch extrem besser wird. Ich habe so schon gemerkt, dass man eben ruhiger wird, etwas gelassener wird, vor allen Dingen aber auch fröhlicher gestimmt und ja, ein bisschen mehr Elan hat, alle Dinge anzugehen und insofern, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr erfreut darüber, dass ich das testen durfte und vor allen Dingen auch erfreut, dass es so eine Möglichkeit überhaupt gibt, für Menschen, denen man sonst vielleicht nicht mehr so sehr weiterhelfen kann, dass die versuchen können, über diese Art und Weise doch so ein bisschen mehr Wohlbefinden oder auch zu einer besseren Lebensqualität zu kommen und deshalb kann ich das eigentlich nur weiterempfehlen, nicht nur eigentlich, sondern ich empfehle es weiter, weil es einfach eine ganz tolle Geschichte ist. Ja, also erst mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich denke, dass sicherlich noch viele diese Testmöglichkeit in Anspruch nehmen werden oder auch weiter in diesem Medbett liegen möchten, so wie ich. Dankeschön. 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 Dankeschön.